... verursachen konnten, Anschläge durchführen konnten, auch in... Terroristen unterstützt? Was sagt die Bundesregierung? Markus Potzel ist Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Wir appellieren an die pakistanische Regierung, dass sie keinen Unterschied macht zwischen guten Terroristen, die man sehr gut gegen Medien einsetzen kann, und bösen Terroristen, die Pakistan zu zielen haben. In Pakistan sieht man das anders. Warum nennen Sie sie Terroristen?